Also wir legen beim Raumklima großen Wert darauf, dass wir Ihnen Lösungen anbieten fürs Heizen, fürs Kühlen und natürlich auch für die entsprechende Luftqualität. Sie sehen hier auf der Messe erstmalig nach der ISH auch Lösungen für die dezentrale Lüftung. Aber das interessanteste dabei ist, dass wir eigentlich alle Produkte energetisch orchestrieren über unseren Komfort- und Energiemanager. Wir sind sehr positiv überrascht über den regen Zuspruch heute auf unserem Messestand. Hier finden gerade die von uns letztjährig auf der ISH gezeigten Designheizkörper, Tabeo, Casteo, großen Anklang. Und die sind jetzt ja hier auf der Regionalmesse entsprechend auch zu pushen, weil sie werden jetzt bei unseren Händlern in den Ausstellungen dieses Jahr gezeigt und positioniert. Und dafür versprechen wir eine ganze Menge. Sie erleben Kermi als den Systemanbieter für Ihr Raumklima. Das heißt, wir bieten Lösungen, die im Grunde genommen Ihnen eine maximale Energieeinsparung ermöglichen bei höchstmöglichstem Komfort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.